Hallihallo meine lieben Freunde, ich bin heute zusammen mit Papa und Mama, also gleich Thor, Unreaded. Hi Leute. Hi zusammen. Genau und ich darf sich vorstellen, ich bin Andy. So ist es. Und neben mir Willi, die Blonden und unser kleiner Teddybär. Ich bin nicht Blond. Das war ich. Du bist der Teddybär, du bist Willi. Ach so, ich habe gedacht, du hast wegen Willi wie Chili, habe ich gedacht. Warte, Mama, du brauchst definitiv keine Chili. Leute, guck mal, da oben kommen ganz böse. Mach den kaputt. Oh nein, gibt es jetzt noch böse? Mach die kaputt, mach die kaputt. Nimm dir die Hacke und lauf zu denen hin, guck. Doch das stimmt, das ist keine Verratung. Nein, guck, du kannst die damit töten, aber wir haben leider kein Holz. Ja, mach die kaputt, Mama, weil die klauen nämlich Eisen. Ah gut, Mama hackt da Holz. Ja, okay, dann machst du was frei. Äh, hier ist mal was mit Holz, oder? Ähm, Mama, warte. Schnell, rush, rush, rush. Ey, warum habe ich das denn da? Papa füllst du schnell das Wasser auf Mama? Kannst du einfach weiterhacken? Entschuldigung, mache ich gleich wieder. Ich tue das schnell ab, dann. Aber pass auf, die Diebe klauen noch Items, ne? Ey, weh, die klauen meine Axt. Nee, die klauen, die klauen nicht. Aber, komm schnell, linksrums, stopp, hui. So, dann habe ich es schnell laufen, flupp. Nicht als wäre das schon stressig genug, jetzt laufen diese schwarzen Menschen da nochmal. Die schwarzen Männer, die sind der Untergang. Unser Untergang natürlich nicht. Läuft soweit ganz gut. Wir haben das natürlich tage, stunden und wochenlang geprobt. Natürlich. Du hattest ihn vorgestern. Ah, Ben, ich glaube, wir sind ihm noch nicht gut gelungen. Und, ja, deshalb läuft das jetzt auch so rund hier. Okay, weil keiner baut Schienen, dann äh... Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Es ist wichtig, dass wir ihr nicht vertrauen würden, Pete, aber... Bitte tu es nicht. Bau keine Schienen. Es ist einfach so, ich... Was ist denn das da? Was? Da ist ein Daumen nach unten. Kann man da seinem Mitspieler sagen, was er für die Menschen hat? Ja. Das ist aber nur für Online-Bug. Also, das kann man so machen, aber immer... Weg da, ihr blöden schwarzen Männer! Ey, Baba, du... Weg da, ich schubs die jetzt hier. Zum Ausgang, bitte zum Ausgang. Du kannst übrigens die Höhe auch hochheben. Ey, die hat mir Dings ge... Kann die Höhe, Geist, kann die Höhe hochheben? Ja, kann die Höhe hochheben. Höhe, komm her Höhe! Dann willst du doch, äh... Okay, wie läuft es mit unserem Bau? Leute, habt ihr alles vergessen? Wo sind unsere Items? Ich baue? Ganz fein, oder? Wo sind unsere Items? Wir haben kein Holz mehr. Und hier unten müssen wir uns reinbauen. Mama, du sollst Holz hacken. Das kann man nicht, aber... Wo ist denn die Hacke? Mama, du sollst Holz hacken. Ja. Mama, hol die Schraube, 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 schraube. Genau, das wollte ich nicht machen. Ach du? Komm. Äh, jeder Spieler muss einen Felsen abbauen. Warte, Mama, du musst gleich auch einen Felsen abbauen. Dann bekommen wir noch eine Zusatzschraube. Warte, was soll ich dir... Leg die Hacke hier hinten neben dem Bahnhof, ja? Ja, Mama, du musst noch einen Felsen abbauen. Warum? Weil das unsere Aufgabe ist. Wie den Felsen mit der Holzhacke? Natürlich mit der Holzhacke. Guck mal, da liegt nur Holzhacke. Mit der Steinhacke. Leg mal deine Holzhacke da hinten schnellstetig. Tu die mal daneben, nehm die... Ja, super. Jetzt holst du die andere Hacke. Die andere, ja genau, fein. Ey, das klaut doch! Der hat unsere Sachen da weggeworfen. Oh, da geht die Welt gar nicht weiter. Mama, du sollst da machen. Ach so, das braune, gell? Ja, das braune. Was hat der geklaut? Der hat uns Eisen geklaut, dieser. Oh, jetzt ist die Hacke wieder weg, ey. Weil du die... Was willst du? Du sollst die Hacke nehmen, dann liegt sie doch. Mit A nimmst du die. Ja. Geh ja weg, du. Du blöd. Kann man die runter schubsen? Nein. Kann man die einbauen mit Holz? Nein. Okay. Äh... Er brennt. Der Wagen brennt, der Wagen brennt. Ich hab's nicht... Das ist eigentlich nicht so schlimm. Wir haben uns einen Eimer ver... Ach nee, du hast ihn. Einmal, wir hatten einmal. Mama, hast du wenigstens einen Felsen abgebaut? Ja, hab ich. Hier ist bloß einen Felsen abgebaut. Ja. Ja, anscheinend nicht. Doch. Mach's doch grad schon. Warte, dann muss ich's einfach abbauen. Mama, lass das. Warte, lass das. Leg die Hackelkacke dahin. Die Hackelkacke. Hab ich's dir hin? Ich hab einen Felsen? Nein, nein. Ich hab einen abgebaut. Aber trotzdem hat der mir keinen gegeben. Oh, 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 Schiene, Schiene. Was denn? Hilfe, wir werden alle sterben. Haben wir was geschafft? Ja, natürlich. Wie haben wir das gemacht? Oh mein Gott. Das ist nicht so, als wären wir zum ersten Mal im zweiten Leben. Ähm, was ich würd sagen, wir upgraden das hier, dass man hier mehr reinmachen kann. Und das andere hier, also das hier, dass er schneller Schienen produziert und mehr. Okay. Ist das auch so eine Achsenprothese oder so? Nein. Weil Schienen ist echt, ähm, wo das mich groß ist, Mama, du kriegst. Mama. Ja. Ich klatsch den Dieb jetzt. Ich klatsch den Dieb jetzt. Ich klatsch den Dieb jetzt. Ich hab den Dieb weggeklatscht. Okay, ich nehme mal dieser. Hier ist Holz. Hat jemand die Holzhacke? Ja, ich hatte die gerade, aber du darfst sie jetzt gerne. Haben wir noch den einmal irgendwo? Einmal? Ja, Papa hat den. Einmal. Ich klatsch den die, klatsch den die. Ich klatsch den die, klatsch den die. Papa, holst du schnell das Holz von Mama? Äh, Eisen meine ich. Mama, du bist einfach nur fürs Hacken zuständig, okay? Und du darfst keine Schienen bauen. Ich hätte hier immer alles. Natürlich, genau. Ist das jetzt dein Subjektiv oder? Komm, kommt das nicht so vor. Warte, ich baue mal kurz schnell eine Brücke. Also wenn... Gib mir das her. Ich baue nur so viel. Papa, mach die Kuh weg. Mach die Kuh weg. Hier, ich habe doppelt. Äh, wo ist... Einmal? Ja, einmal. Mama, du sollst keine Schienen bauen. Hier, ich habe hier paar mehr. Nein, hier und so. Und jetzt? Nein, nicht daheim. Warte, warte. Ist hier lauter? Ähm... Ich spreche gleich die Vergleichung. Äh, benutzt weniger als 48 Schienen. Okay, das schaffen wir. Hoffentlich. Das sollten wir empfehlen. Was denn? Ähm, ich hoffe, würde es jetzt Nacht das wetteln, wenn es jetzt Nacht wird. Ist es schlimm, wenn ich euch helfe Schienen zu tragen? Ja. Ja. Tu, was du lassen kannst. Was? Du sagst, tu, was du lassen kannst. Bitte nicht. Man baut bitte ab, Mama. Dankeschön, bitte, bitte. Bitte baut ab, bitte, bitte, bitte. Habt ihr noch Eisen? Äh, Mama baut Eisen. Äh, Mama baut Eisen. Ich weiß, das klingt nicht sehr vertraulich, aber Papa, ja, sie baut wirklich Eisen ab. Ach so, vielleicht sollten wir uns auch einen Weg bauen ins Eisen. Da vorne ist doch... Wieso? Nein, wir wollen nicht sterben. Nee, aber da vorne geht es ja nicht mehr weiter. Ach, da ist die Schraube. Doch, dann geht es weiter. Ah, es regnet kurz. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich würde mal vorausdenken, dachte ich. Gott sei Dank. Aber... Ähm, ich brauch gleich die Holzhacke, ich will die Schraube da holen. So. Jetzt wird es aber dunkel hier. Ja, das ist dumm. Das hasse ich. Ja, wo bin ich? Darf ich bitte... Hallo? Ah, da bin ich. Okay, okay. Ähm, Papa, ich brauch schnell die Holzhacke. Ist das jetzt irgendwie so ein Verwirrungsmod? Ja. Es gibt immer verschiedene Events. Ähm, ich hol schnell die Schraube, okay? Ja. Okay. Ich bin ein Liebkuchen. So, ich hab die Schraube. Okay, ich hab hier noch mal eine Seefahrung Eisen. Ja, und wo sind die, unsere Haken? Äh, da hinten ist noch eine. Die Haken soll da liegen liegen lassen. Das ist eine ganz... Boah, hier ist kein Holz. Hier ist kein Holz verfehlen. Hm. Papa... So. Wir werden alle sterben! Papa, so hier ist kein Holz. Ähm, was war gerade mit dem Eisen da los? Das war, glaube ich, gar keine Lust. Da liegt die Haken hier hin, ja? Äh, wie wär's denn einfach Holzhacke? Ja, mach ich mal. Ach so, Moment. Ich leg mal die Haken hier hin. Und dann holst du die restlichen Steine. Nein. Wo ist meine Haken? Ich hab die gerade aus der Hand geklatscht. Steine, 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 ne? Steine. Äh, Mama, du sollst... Okay, ich leg die Haken da hin. Wieso? Ich dachte, du willst Steine hacken. Ich dachte, da wären noch welche. Okay, okay. Schon wieder hacken. Gut. Ganz schön stressig. Oh, das hast du früh gemerkt. So, seit da hab ich was gehackt für den Nuss. Jemand aufheben will Hilfe. Mama ist im Nichts. Äh. Nein, du bist... Wo ganz falsch bist du denn, Mama? Da hinten. Du bist aus der Map draußen. Ja. Du hast hier gar nichts gehackt. Komm wieder her. Du legst einfach am besten in die Richtung, wo du hergekommen bist. Ja, die macht grad nicht das, was... Doch, du bist einfach ganz weit hinten gewesen. Ach so, okay. Mama hat dann hier wenigstens noch. Hier ist kein... Kein Wassermettel ist einmal. Einmal. Ihr seid bald da... Eingesperrt, ne? Ausgesperrt, eingesperrt. Nein, nein, man kann doch auch immer im Nichts so hier rumlaufen. Also das ist... Vielleicht kann ich ja hier so eine Kurve reinpullen. Nein, du hol einfach das Eisen und bring es ganz schnell hier her. Das wäre mal... Das wäre mal was Schönes von dir. Ups. Nein. Oh, sorry. So. Einmal. Wir sehen wieder was. Mach rein, mach rein, mach rein. Oh, cool. Ich komm nicht mehr zu meiner Axt. Doch, du kannst auch einfach durchs Nichts gehen. Nee, ich kann nicht. Dann stürzt du nicht. Ich komm hier aber nicht drüber. Oh, okay. Da vorne steht ja einmal. Ach, da vorne, okay. Ich komm nicht mehr zur Axt, die Leute. Papa, kannst du es machen? Ich... Ich... Wir brauchen Eis. Alles muss man selber machen, Alter. Oh. So... Warte mal, warum können die Dinger eigentlich nicht hüpfen? Was soll das denn? Die Dinger. Also, ich glaub deshalb wollen die nicht hüpfen, weil du sie Dinger nennst. Die armen Dinger. Okay. Dinger, 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 Dinger. Mama, ich baue hier Eisner. Oh, dann Dinger auf, paar Schienen. Kann ich die nicht aufheben? Nein, die kannst du nicht aufheben. Okay, dann... Ich baue grad Schienen. Schnell, Pien. Schnell, du musst es machen. Die Schiene, ja, ja, ja. Ich bin nicht da. Schiene, ja, ja, ja. Warum bist du denn da ganz hinten? Mama, geh aus dem Weg. Ich bin weg. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Papa, warum bist du da hinten? Ich komm da nicht wieder zurück. Wieso? Du leuchst auch ganz in die falsche Richtung. Guck mal. Ja, du lenkst wahrscheinlich in eine ganz falsche Richtung. Ja, vielleicht. Ja, warum lenkst du dann da hin? Weil ich hab gedacht, ihr schafft das eh nicht. So, also der Eisen wäre jetzt voll mega. Ich hab nicht Bordach da den ganz weg. Oh, die Schiene wollte ich da nicht hinlegen. Mama, geh da weg. Lauf einfach zum Ende des... Äh, ich hab's. Geh ganz weit weg. Ich hab's. Ich hab's gedacht. Oh, wir haben 42 Schienen. Wir haben alle drei Schrauben. Cool. Freunden. Können wir jetzt sterben? Danke. Wir können jetzt sterben. Papa, sie machen nichts. Alles klar? Ja, das war auch soweit ganz schön. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel, ne? Ja. Ja, es ist ein kleines bisschen stressig, aber ansonsten... Ansonsten ganz familienfreundlich. Also, wir hängen bestimmt noch eine Folge dran. Uns hat's gefallen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und Ciao. Macht's gut. Tschüss.